Was ist Bio-Kurkuma? Kurkuma ist besser unter Gelbwurz oder indischem Safran bekannt. Die gelbe Pflanze stammt aus Indien und dem südostasiatischen Raum und findet bereits seit 5000 Jahren Anwendung in der traditionellen chinesischen Medizin. Welche Inhaltsstoffe sind in Bio-Kurkuma enthalten? Kurkuma setzt sich aus einem 5% I-Gem-Anteil ätherischer Öle sowie eine Reihe von Kurkuminoiden zusammen. Für welche Krankheitsbilder eignet sich Bio-Kurkuma? Kurkuma schützt die Gefäße und beugt somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Zudem empfiehlt sich Kurkuma bei Rheuma, das zur Linderung von Gelenkschwellungen beiträgt. Stellt Bio-Kurkuma eine Alternative zu Kortison dar? Das in Kurkuma enthaltene Kurkumin besitzt eine hohe entzündungshemmende Eigenschaft. Studien der Universität des Saarlandes zufolge, könnte folglich Kurkuma in entzündungshemmenden Wirkstoffen als Basis dienen. Sollte Kurkuma mit schwarzem Pfeffer kombiniert werden? Lange Zeit galt die Devise, dass der in schwarzem Pfeffer enthaltene Wirkstoff Piperin die Bio-Verfügbarkeit von Kurkuma steigern kann. Aufgrund dieser Annahme, waren vermehrt Kombinationspräparate aus Kurkuma und Piperin auf dem Markt erhältlich. Was kostet Bio-Kurkuma? Bio-Kurkuma-Produkte sind durch eine gewisse Preisspanne gekennzeichnet. Die stark variieren kann. Je nach Art, Qualität und Menge, können die Kosten unterschiedlich ausfallen. Wo kann ich Bio-Kurkuma kaufen? Bio-Kurkuma gibt es neben Reformhäusern, Bio-Supermärkten und Apotheken, auch online zu kaufen. Welche Alternativen gibt es zu Bio-Kurkuma? Bio-Kurkuma besitzt einzigartige Eigenschaften, die insbesondere bei entzündungsbedingten Erkrankungen wahre Abhilfe schaffen können. Was zeichnet Bio-Kurkuma-Kapseln aus und was sind deren Vorteile und Nachteile? Bio-Kurkuma-Kapseln eignen sich insbesondere, wenn dir eine hohe Praktikabilität bei der Einnahme am Herzen liegt. Zudem können so keine Unsicherheiten bezüglich der Dosierung auftreten, da diese vom Hersteller explizit vorgegeben werden. Was zeichnet Bio-Kurkuma-Pulver aus und was sind dessen Vorteile und Nachteile? Kurkuma-Pulver ist die Konsistenz, die nach dem Trocknungsprozess der Gelbwurz und dem anschließenden Mahlen entsteht. Wie nehme ich Bio-Kurkuma richtig ein? Kurkuma in Tablettenform wird am besten zu einer Mahlzeit. Und zerkaut mit reichlich Flüssigkeit eingenommen. Da Kurkuma sehr schnell vom Körper abgebaut wird, solltest du die Dosierung über den Tag verteilen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Welche Dosierung ist empfehlenswert? Die Dosierung von Kurkuma ist ganz von dem gewählten Präparat abhängig. Bevorzugst du die Supplementierung in Form von Pulver. So kann dir die nachfolgende Tabelle zur Orientierung dienen. Gibt es Nebenwirkungen, die während der Einnahme von Bio-Kurkuma auftreten können? Die Inhaltsstoffe von Kurkuma werden auch beim Verzehr größerer Mengen als sicher und unbedenklich eingestuft. Gleichzeitig kann der regelmäßige Verzehr von Kurkuma bei der Prävention von Krankheiten unterstützen sein. Änden